Die österreichische Montessori-Gesellschaft ist ein Dachverband von Montessori-Einrichtungen, Montessori-Schulen, Montessori-Kinderhäusern, Montessori-Kleinkind-Gemeinschaften in Österreich und auch ein bisschen über die Grenzen hinaus. Erstmalig gegründet wurde die ÖMG von Lili in den 1920er Jahren, in Wien, der Zwischenkriegszeit. Es hat sie dann natürlich im Nationalsozialismus nicht gegeben und nach dem Zweiten Weltkrieg hat es sie nur ganz kurz gegeben. Dr. Harald Eichelberger und ich haben sie dann 1993 endgültig wieder gegründet. Die Aufgaben der österreichischen Montessori-Gesellschaft sind sehr, sehr vielfältig. Einerseits Kommunikation nach außen, also zu Medien, zu Behörden, Verbreitung der Montessori-Pädagogik, andererseits aber auch Kommunikation nach innen. Das heißt, wir sprechen mit unseren Mitgliedereinrichtungen sehr, sehr intensiv, wir besuchen sie, wir sind da, wenn es Probleme gibt, sei es administrativer Natur mit den Behörden oder auch pädagogischer Natur, mit Beratung und Coaching. Es gibt auch immer wieder Schulleiterinnen-Treffen oder Kinderhaustreffen, sodass eben die Menschen, die tagtäglich in der Praxis mit den Kindern arbeiten, auch gut vernetzt sind und auch voneinander lernen können. Die Mitglieder der österreichischen Montessori-Gesellschaft sind zusätzlich aber auch Einzelpersonen, also Montessori-Lehrerinnen, Montessori-Eltern, Montessori-Pädagoginnen aus den Kinderhäusern, aus den Kleinkind-Gemeinschaften oder einfach Menschen, die sich für Montessori-Pädagogik interessieren und die Montessori-Pädagogik unterstützen wollen, bekommen dann kleine Newsletter und einen Zugang zu einem Montessori-Blog mit ganz interessanten Beiträgen, wenn man eben Mitglied wird und seinen alljährlichen, relativ kleinen Mitgliedsbeitrag zurzeit sind es 35 Euro bezahlt. Zu finden auf www.montessori.at und der Dachverband, dort gibt es auch ein Formular mit Hilfe dessen man Mitglied werden kann und du kannst dann auch, wenn du möchtest und wir würden uns sehr freuen, diese österreichische Montessori-Gesellschaft und damit die Montessori-Pädagogik in Österreich unterstützen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017